Euch schickt der Himmel ein vierplättiges Kleeblatt und noch dazu so ein hübsches. Da brechen sich mal keine Verzierungen ab. Was gibt's denn? Ihr müsst mir helfen. Bei dem Ort gibt's doch sicher eine Tankstelle. Na und? Sollen wir vielleicht eine Tüte Benzin holen? Nein, mein Verteilerkopf ist kaputt. Was für ein Kopf? Mein Verteilerkopf, der hat einen Finger und der ist kaputt. Ihr Kopf hat einen Finger?